Herzlich Willkommen in Klaus 11 und 12. Heute sehen wir uns die Philips SHL 3100 Budget Kopfhörer an, die schwarze Version. Jedoch gibt es, soweit ich weiß, auch eine rote, blaue und graue Version. In der Verpackung befinden sich natürlich die Kopfhörer und ein Zettel bezüglich der Deponierung. Sofort kann ich sagen, dass diese Kopfhörer wirklich nicht schlecht aussehen, sofern man den geringeren Preis nicht vergisst. Es handelt sich hierbei um ein geschlossenes Akustiksystem, somit dürfte man nicht sehr viele Geräusche des Umfeldes wahrnehmen können. Der Frequenzbereich liegt bei 18.000 bis 20.000 Hz. Die Impedanz beträgt 32 Ohm. Sensitivität 107 Dezibel. Die maximale Eingangsleistung wäre 1500mW und der Lautsprecherdurchmesser beträgt 40mm. Es wird ein Neodym-Magnet verwendet. Fangen wir mit dem Kabel an. Es ist 1,2m lang, was eher ein wenig kurz ist, aber perfekt, wenn man vorhat Musik vom Handy, MP3-Player oder Laptop zu hören. Das Kabel ist definitiv zu kurz für den durchschnittlichen Desktop-PC. Das Kabel ist flexibel und gummiert. Ein 3,5mm Klinkenstecker wird hier verwendet. 40mm Neodym-Lautsprechertreiber werden hier verwendet und darauf haben wir hier weiche Polster mit einem Durchmesser von 85mm. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ist das ein geschlossenes System und somit sollte man nicht allzu viele Geräusche der Umgebung wahrnehmen können und das ist auch das, was ich bevorzuge. Man kann die Kopfhörer auch 165 Grad drehen. Für bessere Portabilität kann man die Kopfhörer so zurechtfalten. Die Philips SHL 3100 Kopfhörer kommen mit einem breiten, leichten, flexiblen Bügel und dies ist auch größenverstellbar. Natürlich kann man nicht die beste Verarbeitungsqualität zu diesem Preis erwarten, doch zu diesem Preis definitiv nicht schlecht. Die Kopfhörer passen ohne größere Probleme auf meinen Kopf, doch ich muss zugeben, sie sind nicht sehr komfortabel, doch man gewöhnt sich daran. Ich sollte euch auch wissen lassen, dass das lange Hören zu schwitzigen oder überhitzenden Ohren führt, was aber typisch für geschlossene Akustiksysteme ist. Und nun versuche ich euch die Leistung zu demonstrieren, jedoch ist das sozusagen unmöglich, da da dazwischen mein Mikrofon ist und eure Lautsprecher oder Kopfhörer. Aber meiner Meinung nach ist die Leistung wirklich nicht schlecht, für den Preis richtig gut, aber natürlich fehlt da meiner Meinung nach bei der Tonqualität die Kristallklarheit. Wenn man nichts dagegen hat, das Doppelte dieser Kopfhörer zu zahlen, bekommt man auch diese Kristallklarheit. Die Philips SL 3100 Kopfhörer sind definitiv nicht schlecht, für den Preis eigentlich richtig gut. Man erhält viel Flexibilität und die Audioleistung ist vollkommen akzeptabel. Natürlich kann man diese Budget Kopfhörer nicht wirklich mit den teureren vergleichen, aber wenn man das macht, merkt man da schon die fehlende Kristallklarheit. Aber ansonsten bin ich zufrieden, man kann zu diesem Preis nicht zu viel erwarten. Ich würde die Philips SL 3100 Kopfhörer definitiv empfehlen. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht neklus1112techx.com, um dort Videos früher als auf YouTube zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.